Biancas Familie fühlt sich von ihr und Kanye West ignoriert. Sie hat ihre Familie verärgert. Nach seiner Scheidung von Kim Kardashian, 42, hatte Kanye West, 46, die Italienerin Bianca Zensori kennen und lieben gelernt. Im vergangenen Monat machten die Turteltauben Urlaub in Italien, und sorgten dort für ordentlich Furore. Ihre Kasne verrät nun, dass die Familie verärgert darüber sei, dass Bianca sie während ihres Urlaubs in Italien nicht besucht habe. Im Gespräch mit Delime erzählt Fabiola Zensori, dass sich ihre Familie von Karnies Ehefrau ignoriert fühlt, ich habe Bianca nie getroffen, aber ich würde sie gerne kennenlernen. Es war eine Schande, dass sie uns nicht besucht hat, als sie hier in Italien im Urlaub war. Gerne hätten sie ihr gezeigt, wo ihr Vater und seine Familie aufgewachsen seien. Ein anderer Verwandter wünscht sich ebenfalls, dass sie bald zu Besuch kommt, ich kann mir vorstellen, dass ein Abend mit ihr und Karnier sehr interessant werden könnte, vermutet er. Dass die beiden alles andere als langweilig sind, stellten sie in ihrem Italien Urlaub durchaus unter Beweis, zunächst sorgte die Ehefrau von Karnier für Wut bei den Einwohnern, als sie sich fast nackt in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Kurze Zeit später ermittelte sogar die Polizei gegen Karnier, nachdem dieser sich auf einem Boot öffentlich entlöst hatte.